Guten Tag, ich bin die Fritzi Bender, Komikerin und Kinderbuchautorin und das ist die Prinzessin Blubberbauch aus dem gleichnamigen Kinderbuch Prinzessin Blubberbauch. Genau. Und wir unterstützen das Projekt Marionette, weil wir helfen wollen. Genau, weil dir ist auch schon mal geholfen worden. Ja, und dir auch. Genau, und jedem muss geholfen werden. Und ich finde, jeder muss sich bewegen können. Ja, damit er die Welt bewegen kann. Genau, und was Weltbewegendes tun kann. Genau. Und deshalb unterstützt auch du das Projekt Marionette und alle Infos dazu findest du hier.